Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Eastworld. Wir haben jetzt ein großes Problem, wir müssen kämpfen. Und wenn wir in diesem Kampf sterben, müssen wir alles nochmal von vorne machen. Das ist richtig mies, also richtig. Und ich hoffe, das Game ist jetzt noch nicht in dieser Folge zu Ende, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, es geht noch nicht in dieser Folge zu Ende. Erste Schicht. Okay. Das erste Schild ist weg. Das war jetzt noch ganz okay. Okay. So. Er schießt mit rauf. Okay. Den nutzen. Wir fliegen in einer Seifenplase. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Oh Gott, was kommt jetzt? Kann ich irgendwie... Warte mal, kann ich nicht schon? Okay. 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 Ich muss was essen. Benutzen. Okay. Oh, ich hätte gleich den Flammenwerfer nehmen sollen. Beste Waffe. Endlich habe ich dich. Nur noch eine Sekunde. John? Ja? Ja, Pfanne der ultimativen Macht. Sie ist jetzt eins mit der Pfanne? Jaaa! Ausholen schon! Einer lebt noch? Gut. Ja. Ich werde nachvollziehen. Aber warte hat. Dann spiele dich nicht. Aaaaaaah! Fuck! Das habe ich jetzt trainiert. Das war's für mich. Okay. Okay. Benutzen. Wow. Wir nutzen. Okay. Ah, komm. Was soll das? Ah, das geht sich nicht aus. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das geht sich nicht aus. So, ich mache jetzt mal den hier. So. Ah, jetzt. Huh. Ein neuer Anfang. Leute, ich schwitze hier. Ich bin gerade so aufgeregt. Am Strand? Sam? Ich habe also verloren. Das so. Hör schon auf. Schluss mit dem. Wir sind. Aha. Nein. Das klappt wohl nicht. Also gut. Ich zeige es dir. Ich. Ich habe vergessen es. Was passiert ist. Also das wurde. Du erinnerst dich. Diesen Ort nicht war. Ja, da waren wir damals. In der Augen. Sie vielleicht. Sie sind noch viel. Verstehst du? Es ist ihnen. Wieso muss das so schnell laufen? Ich mache nichts. Ich drücke nichts. Wer soll das lesen? Sie macht die. Das ist die Stadt, die ihr. Ich war. Wie eine. Egal. Ja, was. Was jetzt bisher passiert ist. Ja. Toll. Ich nehme alle ein. Und jetzt liegt die Stadt in Trümmern. Ja. Es ist zu spät für sie zu. Davor sie und anblitzt der. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ah. Halt. Weißt du was du tust? Du wirst auch aufhören. Sam ist das Opfer. Sam ist die Heldin. Genau. Jan? Was ist da, John? Das sieht so cool aus gerade. What the fuck? Sam? John, fang's hier auf. Lauf! 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 Mit einem Blatt auf dem Kopf. Zug nach Osten, Zug nach Osten. Da, um drei, drei. Drei, was, ich kann das nicht lesen. Die Schrift ist zu. Lass, kümmert sich hier niemand rum. Das ist Sam. So heiß. Ich hätte meinen Badeanzug mitnehmen sollen. Sam. Sie ist größer geworden. John? Hä? Ist das jemand, gut, dass ich nicht schwimmen kann? Wartest du auf den Zug? Ich heiße Sam, ich werde auf den Zug nach Osten. Du weißt nicht zufällig, wann der nächste Zug kommt, oder? Hallo? Hörst du mich? Komischer Kauz. Ist alles okay? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ähm, ja. Hä? So ein Pech. Warum kommt der Zug nicht? Es ist so heiß. Es ist so heiß. Wir weinen gerade. Wir weinen gerade. Wow. War es das? Hier ist alles überschwommen. Nein, oder? Ah, Eastward, wir haben es geschafft, oder? Oder beginnt jetzt das Spiel? Oh Gott. Oh Gott. Beste Spiel seit Jahren. Also, auch wenn es sehr linear ist. Ist jetzt schon ein bisschen laut, oder? Ach, Leute. So eine schöne Geschichte. Sorry, dass ich jetzt gerade die Lautstärke nicht ändern kann. Ja, wir haben es geschafft. Perfekt, Leute. Der Schluss war jetzt nochmal extra hart mit den Blocken und so. Dann sage ich jetzt mal, vielen Dank, dass ihr mich hier begleitet habt. Super Spiel. Kann ich nur empfehlen. Oh, Leute. Hier kommt gerade noch was. Das war jetzt ganz zum Schluss noch. Oh, nein. Ach, ist das. Lol. Die Reparaturen sind abgeschlossen. Ja, Daniel. Daniel, ich bin ja so froh. Oder... William? Wenn alles gut. Morgen? Sie heißen beide Daniel. Ist das die Vergangenheit? Oder die Zukunft? Ende. Oh, Leute. Das muss ich noch reinschneiden. Kommt jetzt noch was? Ich warte jetzt, bis da noch was kommt. Also hat bei mir eine 9 von 10. Es gibt bessere Spiele, ja. Das Gameplay war hier jetzt nicht ganz so. Aber die Story war mega. Also wirklich. Hat mir richtig gut gefallen. Dann, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da und ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play. Ciao, ciao. Hau euch lieb.